Best-of-Quiz-Taxi 2019 und unser Dauer-Champion darf natürlich auch nicht fehlen. Ich freue mich, dass er hier ist, Lukas Piszczek. Hi! Piszczo! Na? Ich habe gehört, beim Quiz-Taxi gibt es immer so einen ganz speziellen Wettbewerb mit Mats Hummels. Stimmt das? Ja, also das kommt automatisch voran, weil wir sind naheinander so bei den Punkten. Wenn ich gewinne, will ich immer so ein bisschen reizen. Du verlierst nicht gerne und schon gar nicht gegen Mats. Ja, genau. Ich habe ja gesagt, du bist Serientäter. Du hast so oft gewonnen wie kein anderer. Gibt es ein Spiel, wo du so richtig Spaß bei hast? Ja, du musst ja nicht denken, ich will nachreden. Das war Lippen-Legend von Schmöller. Ich denke, der hat das extra so getan. Aber naja. Wir haben noch mal ein paar schöne Szenen für dich. Wir tragen Mario ein. Wir tragen Mario ein? Das ist sogar korrekt. Sonst hätten wir ihn nicht gefragt, Alter. Das ist korrekt, du bist auf 90 Minuten gesehen 12,27 Kilometer an der Weg. Ja, ich muss mal weniger laufen. Ich merkte schon. 42. Der Kiel ist auf dich. Passt dir, Mario? Ja, kannst du ausmachen? Ja, kannst du ausmachen. Nobi, du musst dich beruhigen ein bisschen. Gladbach. Es war in front of the Gelb-1. Der Derby-Sieger, Gelb-1. Derby-Sieger. Scheiße, Alter. Scheiße, Alter. Alle neun. Bäm, Alter. Schmöller als alle anderen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, stark Junge. Ja, Mann. Schmöller und Pichu sind die Pichu. Derby-Sieger, Derby-Sieger. Schöne Grüße an Marco und Mario. Die haben den niedrigsten Punktestand. Die sind hinter Witzel, Diallo, Jaden und Lars. Von den Spielern, die kein Deutsch sprechen, sind Marco und Mario gelandet. Welcher BVB-Spieler sagte, ehrlich, ich weiß doch noch nicht mal, wie der Herd zu Hause funktioniert? Ich traue es allen drei zu. Herd ist das, was in der Küche ist, oder? Ja, ganz klar. Wo man Essen draufmacht. Bei deinem Elko. Schmelle schließen wir aus, oder? Ja, also wir haben eine hohe Meinung von dir, Schmelle. Dich schließen wir aus. Schmelle kann nicht kochen. Nein. Kann er nicht? Nein. Da machst du das mehr. Jule Weigl. Sagen wir Schmelle? Ja, wir sagen Schmelle. Ja, das ist richtig. Schmelle. Ist das eine Enttäuschung. Setz dich doch mal durch, ey. Zu gut angeschnallt. Ich komme gerade nicht vor. Fußball-Tor. Nicht schlecht, aber falsch. Ah! Hä? Vier, drei, zwei, eins. Vor der Süd! Vor der Süd! Vor der Süd! Ach so! Eierkopf. Kopf? Eierkopf. Dein Kopf? Eier. Eier. Ein Kopf. Eierkopf. Aber das war nur ein Test. Meisterschale. Bank? Bank etwas? Meisterschale. Wasser? Meisterschale. Meisterschale, Alter. Meisterschale. 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 Schale. Meisterschale. Topfball? Nein. Meister. Meisterschale. Erstes Wort? Nein. Meisterschale. Nein. Videobeweis. Videobeweis. Fußballtor. Nein. Videobeweis. Nein. Nein. Busfahrer. Puff. Was ist das erste Wort gewesen? Was ist das erste Wort gewesen? Puff. 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 Nicht Zeit. Nein, nein, nein. Mach nochmal. Ich kann nicht. Mach nochmal. Busfahrer. 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 Aha. Boah, Puff, Alter. Busfahrer. Physio. 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 Fitness? Physio. 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 Okay, Physio. 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 Fußballspielen. Nein. Überragend, oder? Ich hab schon mal Hitze. Tut weh, ne? Wie sehr wird dir Quiztaxi fehlen jetzt? Ich mein, das ist ja ein Bestandteil deines Lebens geworden in den letzten Jahren. Naja, wie gesagt, ich mag lachen und das fällt ein bisschen, ne? Das hat immer Spaß gemacht und am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, als ich das erste Mal eingeladen wurde, aber dann habe ich immer gerne teilgenommen. Bissio, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Vielen Dank für's cuid. Du? Hey. Hofer, Okay. Und waiting Lyndい 뭐 wer denn hier? Boa, gut.